Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2017 A1 1er Zweig, so wie ich sie gerechnet hätte. Hier die Angabe dazu, falls ihr es noch vor euch liegen haben wollt. Die Streckenlänge SD ist gegeben, die hier. Wir haben die Streckenlänge ANBN gegeben. Die ist zwar abhängig, weil sie sich je nach Lage des Vies oder je nach Größe des V-Winkels verändert, aber die soll immer 4 cm lang sein. Wir haben diesen Winkel hier mit 90 Grad. Die beiden Strecken hier sollen parallel sein oder die parallelen Seiten und dementsprechend haben wir natürlich hier unten auch einen 90 Grad Winkel. Das hier, was ihr hier seht, ist eine zentrische Streckung und das sollte man gleich am Anfang erkennen, damit man dann später richtig weiterrechnen kann. Das ist eine zentrische Streckung von diesem Dreieck und zwar am Zentrum S. Das heißt, hier wurde zentrisch gestreckt mit einem K-Faktor. Die Strecke SA1 ist das K-Fache der Strecke SD und so weiter. Jede Seite hier in dem Dreieck wurde quasi um das K-Fache verändert. So und dementsprechend müssen wir das auch bei der Zeichnung berücksichtigen. Wenn wir also diesen Winkel von nun 40 Grad einzeichnen, ist es noch relativ leicht, C2 zu bezeichnen, denn D ist ja fest. Das heißt, hier auf der verlängerten Linie muss dann unser C2 liegen und das ist dann ziemlich schnell gemacht. Nur, wie kommen wir auf B2? Weil B2 hat ja die Aufgabe, dass es jetzt genauso lang sein soll wie, also A2, B2 soll genauso lang sein wie hier unten, nämlich 4 Zentimeter. Und das können wir exakt machen, indem wir uns den Streckungsfaktor berechnen, denn wir wissen ja, dass diese Länge hier unten 4 Zentimeter sein soll und diese Strecke hier war 2,5 oder ist 2,5, wenn wir sie ausmessen. Das heißt, der K-Faktor 2,5 mal 1,6 gibt genau diese 4 Zentimeter und deswegen ist der K-Faktor 1,6. Wenn ich jetzt also weiß, dass die Strecke SD 3 Zentimeter lang ist, dann weiß ich, dass die Strecke SA2 das 1,6-Fache davon sein muss und ich kann A2 zeichnen. So ist es eine Möglichkeit, das 1 zu zeichnen, indem ich es als zentrische Streckung erkenne. Bei der Aufgabe 1,2 soll man dann Streckenlängen in Abhängigkeit von phi berechnen. Nun, diese Streckenlänge DCN, die liegt ja in dem Dreieck, egal wie ich jetzt das betrachte, da ist der Winkel phi hier oben gegeben und die Strecke SD ist gegeben und es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Also kann ich doch hier im rechtwinkligen Dreieck im Tangens operieren, denn die Gegenkathete ist die gesuchte Größe, also das, nach was ich auflösen soll und diese Strecke, die an Kathete ist gegeben. Ergibt den Tangens, multipliziere ich hier beide Seiten mit 3 Zentimeter, erhalte ich für meine gesuchte Streckenlänge 3 mal Tangens phi Zentimeter. Etwas komplexer wird das Ganze, wenn wir SAN berechnen wollen. SAN, wie groß ist jetzt das? Nun, nachdem wir vorhin erkannt haben, dass es ja zentrische Streckung hier ist und die vier Streckensätze hier anwendbar sind, kann ich eine Verhältnisgleichung aufstellen. SAN, die lange Seite, also die Seite vom großen Dreieck, verhält sich zur Streckenlänge SD, wie die Seite A2 oder ANBN, die ja immer 4 Zentimeter lang ist, zur Streckenlänge von DCN. Und DCN ist 3 Tangens phi Zentimeter. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf beiden Seiten mit 3 Zentimeter multipliziere, fällt dieses 3 Zentimeter unten raus und es bleibt 4 durch Tangens 4 Zentimeter für die Streckenlänge SAN bestehen. Und nun sollen wir zum Schluss noch das Volumen in Abhängigkeit von phi berechnen. Das Volumen besteht ja aus einem Kegel stumpf. Das sieht man jetzt hier nicht mehr richtig, diese gestrichelten Linien, da kann man es vielleicht noch erkennen. Der Rotationskörper geht ja von ADCNBN, da geht der hin. Das heißt, da oben entsteht ein großer Kegel und davon müssen wir den kleinen Kegel abziehen, weil das ja eben hier abgeschnitten wird. Also haben wir V-Kegel groß minus V-Kegel klein. Ich habe das hier mal in einen Term zusammengebracht. Ein Drittel mal, und jetzt machen wir den großen, der hat einen Radius von 4 Zentimeter, 4 Quadrat mal phi mal eben die Höhe SAN, 4 Tangens phi. Damit bin ich fertig mit meinem Volumenkegel groß und davon ziehe ich das Volumen vom Kegel klein ab. Da ändert sich der Radius zu 3 Tangens phi und die Höhe SD zu 3. So, und jetzt kann ich das Ganze ja noch so ausmultiplizieren, dass eben genau das dran steht, was wir in unserer Lösung haben. Überall steht ein Drittel phi. Das heißt, ich schreibe das ein Drittel phi schon mal vor die Klammer, Klammere aus. Dann bleibt doch beim vorderen Teil stehen, 4 Quadrat mal 4 durch Tangens phi und 4 Quadrat mal 4 sind genau 64 durch Tangens phi. Hinten bleibt stehen 3 Tangens phi in Klammern zum Quadrat mal 3. Das ergibt 9 Tangens Quadrat phi mal 3 gibt 27 Tangens Quadrat phi. Und jetzt steht das Volumen genauso dran, wie wir es in der Lösung haben oder wie es gefordert war. Das war es von meiner Seite.